Der Zimmereibetrieb von Frank-Otto-Ditt bietet Ihnen seit 25 Jahren individuelle Lösungen rund um das Element Holz für traditionelle Zimmererarbeiten sowie modernen Holzbau. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So unterschiedlich wie die Dachformen sind auch die Möglichkeiten des Materials. Ziegel, Beton oder Schiefer? Finden Sie mit uns die perfekte Lösung für Ihr individuelles Dach. Frank-Otto-Dittmer fertigt neben klassischen Dächern auch Holzterrassen, Pavillons, Gartenlauben, Geräteschuppen, Baumhäuser, Holztore und Zäune sowie Vordächer und Carports. Sprechen Sie uns auch auf Wärmedämmung an. Frank-Otto-Dittmer ist geprüfter Gebäudeenergieberater im Handwerk. Holz ist das Baumaterial, welches im Außenbereich gleichzeitig durch Ästhetik, Natürlichkeit sowie Haltbarkeit besteht. Unabhängig, ob für mehr Wohnlichkeit im Garten- oder Terrassenbereich oder als Unterbringungsmöglichkeit für Fahrzeuge und Geräte als Schutz vor Regen und Wind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Lassen Sie sich von uns beraten, um Ihre persönlichen Wünsche und Ihren Geschmack für eine individuelle Dachgestaltung oder Ihren Innenausbau Wirklichkeit werden zu lassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Värmedämmungsmöglichkeit Vielen Dank.